Achtung Control, Verfolger an Verdächtigen 1044 in der Nähe. Achtung Control, Leitestverfolgung des Verdächtigen ein. Officer B, ist die aktuelle Position? Over. Code 3 Verdächtiger fährt entlang Grand Peak Drive. Acht 10-4, ermitte Meldung versiegbarer Einheiten. Over. Aus 2 des Ziels, 2 des Ziels, ich verfolge jetzt 2 Rampers. 1 Lücken 6, verfolgt Verdächtige. Verfolge jetzt mehrere Ziele. Code 3, alle 1,5. An den Widerstand, ich vergeben weiter. Code 3. Und die Wanderwürde. Zentrale Fahrer bestätigt weiter. Alle Verfolgerfahrzeuge, Achtung, den 440 hat Sperrer umwurft. Alle Einheiten verfolgen und festnehmen. Alle Einheiten, Straßensperrer gescheitert. Racer noch auf der Flucht. Ich habe den Temposünder gerannt. Achtung, Zentrale, das gestoppte Ziel ist im System. Verstanden, Zieldaten kommen jetzt auf den Schirm. Gut gemacht, alle Einheiten abziehen. Verfolger 1, 1041, melde mich, wenn ich Verstärkung brauche. Achtung, Officer, erbitte Meldung über aktuelle Positionen. Racer mit hohem Tempo, Grand Sea Drive. Achtung, 106, aktualisierer in DC, over. Wer hat Zivilfahrzeug zu Skier, dann flüchtet nur Blechschatz. Ich habe das Ziel gerannt. Einer der Typen, wenn es kommt. Ich brauche hier Hilfezentrale, bitte Straßensperre. Straßensperren werden gebildet. Seid grundichtig, Auto ab. Achtung, Dächtiger in Schwärme aufgewichtet. Aufschwärmen und verfolgen. Racer, so da attackieren. T-S2 Charging 7, verfolge Fahrzeug mit hohem Tempo auf Grand Sea Drive. Nagelbandangriff erfolgreich. Hier wird langsamer. Auf Zentrale, ich hab ihn, ich hab ihn. Gute Arbeit, Officer. Alle Einheiten zurück auf planmäßige Straße. Wir haben einen Racer mit der Kamera erwischt. An alle Einheiten in der Nähe. Eingreifen. Schnelle Bewegungen in der Nähe. Fahre hin und sehe mir das Ziel an. An alle möglichen Reifensatz auf Grand Peak Drive. Fahrzeugschaden kritisch. Zentrale HW ein Straßenrenner. Starte Patrouillenfahrt auf Base Point Drive. Stande Patrouillenfahrt auf Base Point Drive. Stande Patrouillenfahrt ab. Sete Patrouillenfahrt auf Base Point Drive. Sete Patrouillenfahrt auf Base Point Drive. Das war's für heute. 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 Code 3 Verdächtiger außergewählten Fahrer ist festgenommen. Achtung, wir haben den Code 3 Verdächtigen verhaftet. Verfolgung beendet. Over. Centrale habe den Code 3 Einsatz in Sitz, schließe mich Einheiten an. Over. Motor ist raus, da haben wir keinen Absicht mehr. Aufpassen, Verdächtige wollen unsere Wagen beschädigen. Verliere den Anschluss, Verdächtiger zieht davon. Achtung, verstanden. Sente Einheiten zur Perimeterbildung. Over. 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 1044er Verkehr. Auf Kontrolle habe ich jetzt zwei Highspeed-Verdächtige in meinem Pirimeter. Ich brauche hier Hilfezentraler, bitte Straßensperre. Achtung, verstanden. Straßensperre formiert sich. Verfolgung beendet. Verfolgung beendet. Kontroll, verdächtiges Fahrzeug ist weg. Roger, Code 3 für Verfolgung ist aufgehoben. 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 Wir sind in der Nähe von 1044 in der Nähe. 10 Meter näher an. Zentrale verfolge ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Benötige eventuell Verstärkung. Officer B ist die aktuelle Position. Over. Bin ihm auf den Fersen. Interstate 4. Verstanden. Auf 1042, er nimmt keine Rücksicht. Alle Einheiten Racer zerstören öffentliches Eigentum mit ihren Autos. Verfügbare Einheiten melden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Öffentlichkeit. Racer schnell und möglich verhaften. Auf Control melde noch eine Verhaftung eines 1044. 1044, Zieldaten kommen jetzt über das System. An alle Einheiten. Zugewiesene Streife fortsetzen. Zentrale, ich muss einen weiteren Racer melden. Haben wir noch freie Einheiten im Gebiet? Zentrale, jetzt macht noch ein Racer mit. Kontakt. Zugewiesene Streife. Zugewiesene Streife. Zugewiesene Streife. Verfolgung ab, er ist weg, jetzt gerade. Roger, Code 3 für Verfolgung ist aufgehoben. Auf Beginn meiner Patrouille entlang Pacific Woods. Auf Wiedersehen. Centrale Lage schminzt sich zu, verfolge jetzt bei 10,4. Wiederhole, 2. Einbringung 6 geht auf Code 3. Sind bei Verfolgung dabei. Nicht in Kontakt zu weiteren Verdächtigungen, bitte auch auf Code 3. Letzte Gewalt ein. Zentrale, der Einsatz ist abgeschlossen. Wir haben den Verdächtigen. Verhaftung durchgeführt. Jetzt gehen Sie vom Gas. Alle Einheiten auf Code 3. Verdächtiger festgenommen. Streite fortsetzen. Over. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Beginne meine Patrouille ins Langen Lagun Trail. Verdächtiger Temposünde in meinem Radius. Nicht über das Ruhfitter. Zentrale, ich werde mich hier um einen Raser kümmern. Hier werde ich Signal und gehe auf Code 3. Achtung verstanden. Einsatzleitung hat Code 3 genehmigt. Die 1 linken 6. Habe die 1044er in Sicht und schließe mich dem Einsatz an. 2.3 Verfolgung geht nach Osten. Aufsiehe von V3 ab. Ziel ist entkommen. 18-4, Verfolgung beendet. Bleibt wachsam. 18-4, Verfolgung beendet. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020